Hi, ja da bin ich wieder und wieder unser blauer Golf 5 GTI. Ich habe ja schon noch ein Video von dem Wiederinstandsetzungen, Zusammenbau, Umbau, bla bla bla. Heute geht es um das Thema Ladeluftkühler wieder mal. In dem Guten seht ihr schon ist einer drin, der ist auch ein bisschen gebraucht, läuft aber wie eine 1, funktioniert super, kühlt wie Bolle, ist ein Double Dean von HF Series. Da, der wird jetzt gleich weichen am anderen. Auch wieder von HF Series. Wir wollen nämlich noch einen I-Punkt drauf setzen. Wir wollen gucken, ob man das Ganze, das Gute nochmal verbessern kann. Wie gesagt, den I-Punkt draufsetzen, weil wir haben jetzt einen, der ist von der Bauform her recht ähnlich. Es ist nur, die Kühlrippen sind ein bisschen schmaler, dass wir da gut vier Reihen mehr Kühlrippen haben, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Ladeluftvolumen und ein bisschen mehr Kühlfläche in dem Sinne erreichen. Und das wollen wir jetzt einfach mal vergleichen. Das heißt, wir werden jetzt eine Eingangsmessung nochmal machen, was da jetzt gerade heute aktuell an Leistung hat. Dann werden wir die Ansaugtemperatur mitloggen, vergleichen zu unserer aktuellen Umgebungstemperatur. Wir liegen hier gerade so um die 13 Grad. Gucken halt, was da jetzt gleich an Ansaugtemperatur bzw. Ladelufttemperatur hat. Da gab es schon mal eine Diskussion in einem anderen Video, das heißt Ladelufttemperatur. Man spricht hier von der Umgebungstemperatur und die Ladelufttemperatur spricht man von Ansaugtemperatur regulär. So sind auch die Messwertblöcke in dem Tester hinterlegt. Also, wie gesagt, wir reden von der Ladelufttemperatur, die nachher in den Motor reinkommt, die nach dem Ladeluftkühler ist. Wie gesagt, die loggen wir jetzt mit dem Ladeluftkühler, dann bauen wir den großen ein und dann machen wir das Ganze von vorne. Dann fahren wir wieder eine Messung, gucken, ob uns das irgendwo noch ein bisschen an Leistung helfen kann und was wir dann an Ansaugtemperatur haben. Persönliche Meinung vorab, ich glaube nicht, dass wir hier effektiv viel mehr Leistung erreichen, weil der jetzt drin ist einfach schon super funktioniert. Jedoch denke ich, dass wir hier noch vielleicht ein ganz paar Grad kühlere Ladeluft- bzw. Ansaugtemperatur erreichen. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das so ins Gewicht fällt, dass das noch viel ausmacht, weil wir einfach schon optimale Bedingungen haben. Aber wir wollen mal gucken, einfach nochmal einen E-Punkt draufsetzen. Wenn uns das ein bisschen was bringt, immer her damit, weil der Pferd auch viel auf Rennstrecke, kann der gebrauchen und wir testen das ja für euch, um euch das nachher anbieten zu können. Wir wollen ja selber das Produkt erstmal testen. Ich will ja nicht irgendwas einfach verkaufen und sagen, hier ist doll nimmer. Dann kann ich sagen, ich habe das selber gefahren, ihr habt gemacht, getan, getestet. Das ist der Hintergrund. Jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert gefahren. Messung. Messung. So, Messung haben wir gefahren. Ich hole mal kurz jetzt gerade die letzte, wo ihr gesehen habt. Wir haben eine Umgebungstemperatur, haben wir gerade gesehen, so zwischen 13 und 14 Grad mankt das gerade nach dem Thermometer. Wir hatten gerade jetzt auf dem Frühstand gemessen die ganze Geschichte. Waren wir bei 30, knapp 31 Grad, dann habe ich ausgekoppelt. Dann rechnen wir mal kurz, was haben wir? Gehen wir mal vom 14, haben wir 16, so gut 17 Grad, 17 Grad Differenz. So. Eine Leistung haben wir heute aktuell. Liegen wir jetzt gerade bei 364 PS und 529 Newton. Ja, jetzt werden wir gleich mal den anderen La-Luftkühler einbauen. Das zeigen wir euch natürlich kurz. Und dann gehen wir wieder auf den Frühstand. Dann werden wir wieder zu gleichen Bedingungen heute noch das Ganze als Vergleich fahren. Gucken wir mal, was wir dann als Differenz von der Umgebungsluft zur Ansaugtemperatur haben und ob wir hier hinten raus noch ein bisschen Leistung irgendwo trixen können. Ja, in diesem Sinne, ab in die Werkstatt. Dann bin ich wieder. Ich habe den La-Luftkühler, den wir drin haben, ausgebaut. Sieht ein bisschen aus wie Bombe, habe es hingelegt. Keine Sorge, das ist meine kleine Bastelstunde. Das sieht normal. Nicht so aus. Ich mache das jetzt gerade nur mal ein bisschen die rapide Art, um ein bisschen voranzukommen, weil wir stehen ja auch vor der Motorschau. Und vielleicht kommt der Kleine mit, das wissen wir nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir Platz haben. Ich vermute mal nicht. Jetzt gucken wir uns mal eben die La-Luftkühler an. Von der Grundgröße oder Fläche her sind die gleich groß, weil viel größer geht es nicht. Aber was ihr schon auf den ersten Blick sieht, sieht, seht. Genau. Der neue, der untere, den wir jetzt auch testen wollen, wirkt größer. Liegt daran, dass wir mehr Kühlreihen haben im Gegensatz zu dem. Hier sind die Abstände wesentlich größer. Die wurden hier ein bisschen minimiert. Hier ist noch ein anderes Kühlnetz auch drin, weil Ladeluftkühler gucken alle von außen und denken immer Größe. Das ist ja auch nicht alles. Einmal die Bauform vom Grundkasten und es kommt auch noch immer auf das Netz im Ladeluftkühler an. Hier haben wir noch ein neueres, besseres Netz und wir haben, wenn ich jetzt gerade nicht verzählt habe, vier Kühlreihen mehr. Also es ist ja auch einiges an Luft, was wir da mehr zum Kühlen reinkriegen. Bin mal gespannt. Ich werde das Ganze jetzt gleich zusammenbauen. Die Clips-Anschlüsse original werden wegfallen. Wir werden eine neue Verrohrung auch machen. Auch die ist da ganz interessant, weil die ein bisschen optimierter ist im Gegensatz zu dem, was mit den originalen Clips-Anschlüssen dort der Fall ist. Ja, das Ganze werde ich mal wieder zusammenbauen und dann werden wir uns auf dem Prüfstand wiedersehen, weil Robert, du musst jetzt gleich weg. Noch woanders ein bisschen was filmen. Ja, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, sind jetzt auf dem Leistungsprüfstand. Gerade angegurtelt. Wir hatten gestern auch so 13, 14 Grad. Haben wir jetzt aktuell auch wieder. Gleiche Bedingungen. Auto habe ich gerade schon warm laufen lassen. Öltemperatur sowie Kühlwasser. Kühlwasser 90. Öl hatte ich gestern auch bei, ich weiß gar nicht, 90. Knapp über 90. Habe ihn gerade warm laufen lassen. Guckt. Wir haben auf jeden Fall aktuell die gleichen Bedingungen. Ja, ich werde jetzt mal eben mich verkabeln kurz, damit wir wieder die Ansaug- bzw. Ladeluft-Temperatur mitloggen können. Da waren wir gestern so um die 30, 31 Grad. Das ist schon verdammt gut ist. Mal gucken, ob das gute Stück jetzt noch ein bisschen mehr kann und was dabei rauskommt. Ja, jetzt haben wir auch mehr gemessen. Alter, der Ladeluftkühler ist von der... Die Ernst ist nimm mal auf, Alter. Ich bin hammermäßig perplex. Das Scheißding von Ladeluftkühler, den ihr bei uns erwerben könnt, HF-Series, kühlt ungemein. Wir hatten gestern 13, 14 Grad und hatten dann eine Ansaug-Temperatur von 30 Grad. Das ist schon echt lächerlich, die Differenz, dass wir da 16 bis 17 Grad Unterschied haben. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe zweimal gemessen, jetzt bei der zweiten Messung. Ich komme auf 21 Grad. Das heißt, ich bin bei 6, 7 Grad mehr Differenz zu Ladeluftkühler, umgebungstemperatur. Also, leistungstechnisch hat sich das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen bemerkbar gemacht. Hat uns jetzt hier nochmal 4, 5, zwischen, ja, so knapp 7 PS und Drehmoment haben wir. Er hält sich in der Waage. Hier hinten raus ist es gerade interessant. Da gucke ich nochmal. 22 zu 31 sind auch nochmal 9 Newton. Also, das ist jetzt nicht besonders viel an Leistung, aber die Kühlung einfach. Das heißt, ich habe meinen Sicherheitspuffer einfach mal erhöht. Ja, das ist genial. Das ist schon dafür, dass der Ladeluftkühler die Grundbauform die gleiche ist, nur ein etwas anderes Netz und mehr Kühlrippen. Das ist doch eine Kleinigkeit, wie ich schon sagte, das ist das i-Tüpfelchen. Sehr geil. Sehr geil, genau. Also jetzt 370 PS und 522 Nm. Hopp. Geil. Ja, dir wird Spaß machen, aber nur steif. Okay, toll. Ja, dann, hast du noch was zu sagen? Danke, HG. Danke, Hassan. Danke, Timo. Nöt sich, doch. Ja, ich bin glücklich. Jetzt kann ich weiter zusammenbauen. Jetzt machen wir ihn komplett fertig. Vielleicht nochmal einen K-Forn später. Aber dann machen wir ein separates für. Das dauert sonst zu lange. Ja, wir haben da schon ein Video zum wiederinstandsetzen. Wir haben ja einen anderen Motor eingebaut. Stimmt, für euch oben rechts, für mich oben links. Wie im Spiegel verkehrt denken, gar nicht mal so leicht. Okay. Ja, dann. Ciao. Bye. Bye. Bö remains cool. Her ist also ähnisch. übischöbischöbischöbisch dieGANe neben dem filmen. Vielen Dank.